Ah, auch wieder da. Ja, wenn meine Nachbarn gerade anrufen, weil irgendwie mal wieder irgendwas im Keller tropft, aber das ist jetzt auch gerade vorkommen. Tropfi, tropfi, tropf. Okay, weiter. Ja, ich habe das vorhin auch gesehen, da steht ein Einwand drunter. Und das ist wirklich nur, das tropft wirklich, ich habe das vorher überhaupt nicht gesehen, das hat auch keiner Bescheid gesagt, das tropft wirklich in der so Trüpfchen, weil es da rein tausend ist, da ist der Eimer voll. Das heißt, es kann nicht erst seit gestern sein, aber ich meine, ja, was morgen vor Mittag rufen und, ja. Ihr greift durch die Wand an. Und die Bude abreißen. Ja. Hast du da in ihr Trank? Yep. Hab ich. Wieso sind wir eigentlich noch im Kampf? Ah, so. Deswegen sag ich ja, durch die Wand durch. Oh, Schakoball. Hehehe. Ah, jetzt lauf doch mal. Lauf, Forrest, lauf. Wie geht es dir die ganze Zeit so? Das ist wegen dem Gebiet, wo wir gerade sind. Das soll halt bedrohlich sein. Ob es das hier kommt? Ich finde es sehr nervig, aber gut. Ja, ja, aber. Wir können dich leider nicht ändern. Raus aus dem Feuer. Raus aus dem Feuer. Warte hier lang, müssen wir. Einmal ganz kurz warten, bis ich ein bisschen mehr Leben habe. Ja. Oh, das ist ja der Nischroge. Ja, den brauchen wir. Komm her, Nischroge. Nischroge. Du bist eine Nischroge. 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 Nicht gut. Okay. Pferdchen? Jawoll. Jetzt hoffen, dass wir hier durchkommen. Biss aber auch. Was dunkel hier, du. Ich glaube, die Orks lachten auch nicht so darauf, ob das alles hier heile und repariert ist. Ich weiß, Schiefe ist modern, aber. Scheiße. Lass es hier, komm durch. Ich kann im Kampf leider kein Reitziehl benutzen. Deswegen muss ich mir leider hier, muss ich jetzt leider hier so durchrennen. Ja, ja. Guck mal, ich bin ja auch, ich bin ja solidarisch und bin auch abgestiegen. Hallo. Ja, eben. Hier haben wir Popclean. Alter, ob wir hier für eine lange Spanke nehmen, die hinter uns hergezogen haben, ey. Ja. Jetzt läuft ihr gleich wieder zurück. Ich kenne euch. Oder? Nee. Ihr bleibt. Das sind wahre Krieger, die bleiben. Ja, ne? Und nun wirst du angetrötet und angeschrieben. Ich füllte mir ein. Was? Was? Warum belästigt ihr mich? Was benötigt ihr? Was ist nur aus dieser Welt geworden? Warum belästigt ihr mich? Alter, wir haben doch den Auftrag von dir, du. Enna. Gut aufregend, ey. Warum belästigt ihr mich? Aufträge musst du da nicht nochmal annehmen. Das sind wiederholbare scheinbar. Denke ich. Das denke ich auch. Ja, warte mal. Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Das sind tatsächlich andere. Vielleicht mit Rappguf Linkssilber. Nein, nein, das sind die selben. Okay, annehmen. Bleibt und hört mich an. Ich verlange nicht viel von euch. Was? Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Alle annehmen. Was für ein schrecklicher Tag. Du verlangst die viele von uns seelos, auch nur große Fresse. Ja. Das ist nämlich mein Riesenschwert. Und neuer Umhang. Ah, nee. Ah, nee. Das ist ein Dolch und das andere Riesenschwert. Sehr schön. Ist wunderschön. Wir haben ja wieder den gleichen. Ja, sind die nicht wunderschön? Ja, na. Jetzt noch was, was ich wegschmeißen kann. Du musst doch nicht immer alles wegschmeißen. Doch. Ach so. Okay, jetzt muss ich wieder in ein anderes Gebiet. Ja. Und zwar... Ja, hallo? Ach so, warte mal. Was? Was hast du gesagt? Ich muss einmal ganz kurz aufs Klo. Du hast zu ihm genug Zeit wegzugehen. Ich war am Telefon. Wie soll ich denn da aufs Klo gehen? Ich telefoniere nicht aus dem Klo. Da ist ja keine Katze hinter mir. Bis gleich. Bis gleich. Beil dich. Habe hier unten keine Katze, Daddl? Nimmst du nicht hier keine Kätzchen? Schon wäre es. Na, leider. Sie liegt da beim Kissen. Nee, unsere drei Karten sind oben. Ich habe nur Stofftiere da hinten. Also, Mickey Mouse wirst du da hinten liegen. Das komische Gummibärenviech. Guck doch. Daddl, ich weiß, dass du mich veräppern willst. Ich guck da nicht hin. Da ist nichts. Ich weiß es. Ich kenne meinen Raum. Ich weiß das ja, als ich ihm dreigegangen bin, dass das ja nichts war. So einfach kriegst du mich nicht. Bei der Spinne würde es vielleicht klappen, aber auch da nur geringfügig. Wirklich geringfügig. Hä? Ja, natürlich habe ich auf mein Streambildschirm geschaut. Das ist schlimm, wenn ich da nicht hinschauen würde, oder? Hä? Hä? Ich habe nicht auf die Kamera geschaut. Ich habe nur auf den Chat geguckt. Auf den Chat und... Auf die Streamzeit hier unten. Nutzen wir die Zeit. Stimmt. Warte mal. Witz haben wir denn hier für schöne Bilder. Wobei, das ist ein bisschen verschwommen. Ein bisschen verschwommen. Haben wir nicht noch? Warte mal. Äh... Witz schon. Tada! Wieder Leo! Nehmt Papa im Bettchen. Beziehungsweise damals Sofa. Da hat er sich frisch ist auf dem Sofa gemütlich gemacht. Doch, das war so um die Weihnachtszeit rum. Meine ich. Damals. So wie ich vorhin. Stimmt. Weiß ich, auf dem Sofa kann ich... Wobei doch, auf dem Sofa hier unten kann ich ganz gut schlafen. Aber ansonsten schlafen wir auf dem Sofa eigentlich selten an. Krass, der Kater, ja ne? Oh. 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 Von unserem Kater. Ah. Gerade rausgetappt. Äh. Gute Nacht. Ta-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta. 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 Ja, ta-ta-ta ist so schnell ausgesprochen. Das finde ich eher ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gute Nacht. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wundervolle gute Nacht. Und danke, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen, vielen Dank. So. Äh. Die geht jetzt einmal aus. Die geht jetzt einmal wieder an. Uschi geht auch. Du kannst ja auch Uschi nennen. Wer ist Uschi? Ach, du kannst nicht. Ich hab nur Hildegard verstanden. Ich bleib da. Ja, du bleib da. Sehr geil. Good job. Wada. Habe ich denn mal in meinem Chat Dede A geschrieben? Dede A. Dede A. Dede A. Willst du wirklich hier runter? Willst du wirklich hier runter? Okay. Bäh. Au. Ich bin tot. Nein, herzhaft. Nein. Ich nochmal auf meine Mutter hören. Die schickt mich in den Tod schon wieder. Wo war das denn nochmal? Alter, das letzte Mal, die letzten Male bin ich immer gestorben. Ja? Wo war das? Wo war das? Bei Fiesta? Super. Und wenn sie da runterspringen, sind sie auch gern super, super tot. Super, 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 super tot. Du bist super, 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 super tot. Ja, da kann ich ja in der Zeit essen, ne? In der Zeit, wie du brauchst, um hier wieder herzukommen. Navi einstellen, du darfst weinen. Ich höre nie wieder auf dich. Alter, weißt du, wenn ich sterbe, dann... Das ist immer, ne, ne, Ernsthaft. So, doch. So, wenn du bist, du kriegst hier halt eine halbe Hasstirade. What? Bist du denn mal hier im Spiel gestorben und ich nicht? Hallo, das letzte Mal im Wetterspitze? Gestorben? Hä? Nein? Doch. Wo du gefragt hast, ne, du bist jetzt die Erste verstorben. Doch. So. Ich muss von der verlassenen Herberge zu dir hinreiten. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das war der letzte Stream. Kann ich sagen. Gib die Stream-Wiederholung. Soll ich sie dir nachher zeigen? Da ist sie drin. Ja? Ja. Zum Hallo, ich mach keine Hasstirade. Ich find's einfach nur nicht schön. Ich bin in diesem Spiel öfter gestorben als du. Weil du meistens so schlöpig warst, mir irgendwie zu helfen. Oh. Jetzt wird der Spieß wieder umgedreht. Ja, natürlich. Und er hat die Schuld. Und bei dem Bosskampf im letzten Stream bin ich auch zweimal gestorben und du nicht. Hast du in dieser extremen Höhle da? Ja, du kannst dich also doch erinnern. Äh, ja, da bin ich aber auch oft genug gestorben. Wir sind von Anfang angefangen, ne? Mh, du bist, die erste Runde hast du überlebt und die andere Runde hast du auch überlebt, weil ich aus Versehen vom Felden runtergefallen bin. Ich bin dreimal im letzten Stream gestorben ohne dich. Ein einziges Mal bist du im letzten Stream gestorben. Äh, kann gar nicht sein. Doch, kann sein, weil ich hab die wie Stream wiederholung und ich kann mich dran erinnern. In der Höhle... Boah. In der Höhle bin ich aber garantiert auch öfter gestorben. Wo ich dann immer wieder schnell zu dir zurückgerannt bin. Ne, ne, das war dann aber davor. Hm. Du bist davor nicht gestorben. Die letzte Male bist du nicht gestorben. Ganz am Anfang, wo wir mit der Däugen angefangen haben. Da bist du gestorben. Das war ganz, ganz, ganz am Anfang. Und beim letzten Mal bin ich... Belassen wir es dabei. Nein, beim letzten Mal bin ich drei Mal gestorben. Ja, okay. Oh, nicht viermal. Nein, du bist einmal gestorben beim letzten Mal. Heute zweimal. Mit mir. Ja, einmal gewollt. Bei mir war es nicht gewollt. Hä? Wo wir da... Natürlich, damit wir uns den Weg erspart haben. Also komm, bitte. Also jetzt... Ich wollte mir den Weg ersparen, aber ich bin nicht gestorben. Also ich wollte nicht sterben. Ich wollte mir nur den Weg ersparen. Ja, aber deswegen... Schlaf schön, Frisches. Gute Nacht, Frisches. Die Diskussion geht noch ein bisschen länger. Ja, ich glaub auch. Nein, eigentlich nicht. Wollt hab ich gar keinen Bock drauf. Hm. Na ja, wenn man Unrecht hat, ne? Ja, ich kann es beweisen. Ja. Sonst würde ich da auch nicht super verpicht sein. Ja, ist ja gut. Schimmert deine Bäris. Ich bin geschwäht. Ich hab meine Pizza. Solange ich meine Pizza habe, ist alles gut. Wenn ich sie nicht mehr habe, dann muss ich dir gedacht. Boah, ich will vom Pferd gefallen. Wieso schießt mich ein dummer Rabe vom Pferd? Er gepickt. Ja, oder warum pickt mich ein dummer Rabe vom Pferd? War das eine Kräberi? Ja, aber trotzdem. Eine Kräberi, ich dachte das. Da befindet einer hier von deinen Kumpels, komm her. Würdest du bitte mal einfach schießen? Danke. Wie, was? Also dieses Zielsystem hier, mit diesem Anweser, das ist wirklich das Einzige, was echt für ein Arsch ist. Hier habe ich tatsächlich gar nicht so viele Probleme mit. Bei etwa 14 bin ich schlimmer. Ja? Mhm. Weil man da halt... Oder zumindest kann ich mit dem Faden nicht automatisch reingreifen. Ich weiß zumindest wie. Ich kann mit Tab und den einzelnen Tasten... Kann ich halt Auto anvisieren, aber ich... Äh, die Tab-Taste ist echt verrückt, weißt du... Ja, ich bin das, äh... Irgendwie bin ich da zu blöd für. Wobei dann anvisiert man plötzlich nicht mehr an. Und... Dann löst sich dieses... Dieses Anvisieren. Dann geht er nicht auf den richtigen Gegner. Und du denkst ja auch nur so... Äh, was? Was? Also mit dem... Baden... Mit dem Flächenangriff geht's noch. Aber jetzt mit dem Faustkämpfer, wo ich halt keinen Flächenangriff habe... Und nicht alle Gegner treffen, ist das halt scheiße. Da komm ich noch nicht ganz so mit klar. Und da greifst du halt auch nicht automatisch, nachdem du einen Attack... Also nach einem normalen Angriff greifst du halt nicht noch mein normal neu an. Sondern du musst halt immer und immer und wieder die Aktionspaste drücken, quasi. Statt einfach... Auch mein normal angreifen zu lassen. Oder ich bin zu blöd, das normal angreifen zu finden. Kann natürlich auch sein. Aber ich hab da jetzt schon alles durchforstet. Denn wir wechseln nicht das Spiel. Wobei ich nicht weiß, ob Kaya überhaupt noch da ist, wie der wir ist. Jaja, doch, doch. Doch, doch. Wie lange machst du heute noch? Oh, weiß ich noch gar nicht. Also ich will auf jeden Fall noch mal ein bisschen FF14 spielen. Ich muss die Story weitermachen. Das haben wir vorhin nicht ganz so... Ganz so geschafft, weil ich noch mit Luna Castrum gelaufen bin. In der Daily. True. Und deswegen will ich zumindest noch mal... Ein bisschen... Nicht lange, aber ein bisschen... FF14 machen. Alter, wo sind die scheiß Luchse? Wenn man sie mal braucht, sind sie nicht da. Oh, nee. Also ich kann es dir noch gar nicht sagen. Auf jeden Fall nicht länger als ein Uhr. Also ein Uhr ist spätestens Sensor. Ich hab natürlich schon im Stream gefordert. Keine Schimpfwörter. Im Stream dürfen... Stundenlang keine Schimpfwörter benutzen. Äh. Das funktioniert nicht. Ich war tatsächlich am Überlegen, ob ich das mit dem Schimpfwörter mal reinnehme. Aber das funktioniert nicht. Da hätte ich, glaube ich, auch keine Lust drauf dran, mich da zum Zweiten. Da muss ich mich ranhalten. Wieso? Deswegen? Weshalb? Warum? 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 Warum tust du mir das an? Warum ist die Banane gelb? Was? Wer ist kein Name gelb? Warum ist die Banane gelb? Ach so. Äh, ja. Ne? Farbe und so. Ja, weil das so. Ja, weil Evolution, ne? Weil Baum. Weil, 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 weil wie, wo Ananas. Wenn es so weit ist. Luft und Lux faggel. So durfte Raiden. Aber das flimmt doch gar nicht auf Twitch. Meine ich, oder? Oder doch? Ne, doch. Das fliebst auch auf Twitch, oder? Ja, nein, doch. Oh. Ah, okay. Okay. Dachte. Ne, hatten wir beim letzten Mal ja drüber geredet. Ansonsten könnte man dich ja ran, aber so geht's nicht. Wenn du nicht auf Twitch bist. Äh, Bruder. Was denn? Wäre es zu viel, vielleicht einmal kurz vor Bescheid sein, wenn wir aufs Pferd gehen. Das wäre wirklich, dass das wäre. Du hast die Au, du hast, du hast Augen. Siehst es? Da war ein Baum im Weg. Du bist mir auch im Weg und ich kann ja in dir vorbeigucken. Zu. Zu. Ich glaube, du hast einfach nur einen zu langen Zinken von Bingo geerbt. Äh, wenn ich diesen Namen. Ja, wenn ich diesen Namen. Okay, ein kleines Spektrumsfücher. Hier sind verdammt wenig Halb-Orgs dafür, dass man die hier finden muss. Was sind das überhaupt für Viecher? Halb-Orgs. Ah. Was sind Halb-Orgs? Halb-Orgs, ne? Ja. Halb-Org und halb irgendwas anderes. Halb-Org halt. Aber was genau das andere halbe ist, wehst du auch nicht. Nee, natürlich nicht. Aber ich weiß, dass so der elfte Org drin ist. Ja. Halb-Mensch, halb-Org, ja. Wahrscheinlich. So ein Zwerg wahrscheinlich eher weniger. Elf. Elf. Zwerg. Ja, für Zwerg waren sie ein bisschen klein. Kommt da so ein kleiner, kleinen Wüchsler-Gerock auf dich zu. Verstehe. Hey, selbst die kleinen Wüchslinge können zuhauen. Das ist so die normale Mischung. Das war doch jetzt nicht irgendwie negativ oder gegen irgendwas gemeint, Mann. Wieso, hab ich das so gar nicht aufgepasst? Ei, 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 ei. Willst du denn schon wieder? Ei, 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 ei. Kriegst du schon wieder deinen Tag, oder was? Nee, aber gleich die Kriminoten. Ja, sowieso. Achso, ja, stimmt. Scheiße. Oh, ein alter Opa. Das ist doch... Das ist ein Rohling. Halb-Org. Den kannst du brennen. Kennst du das noch? Rohlinge brennen, so von damals? Ich glaub, das ist aber nicht dein Name. Doch, doch. Der ist frisch gebrannt. Ich glaube, damit ist eher gemeint, dass er zu einer Gattung gehört, die Rohling heißt. Ah. Oder zumindest zu einer Kampfart, meine ich. Also wie Wirbel-Timm. Genau, wie Wirbel. Wirbel-Timm. Ja, Wirbel-Timm. Hab ich nicht gesagt? Ja. Die hört mir nie zu, die Mutter. Warum soll ich das? Und da sagt man immer, hör auf, die Mutter. Ja, geht ja nicht. Die hört ja auch nicht zu. Warum soll ich so einem halbstarken Witz? Und? Ich hoffe, das tat weh. Nö, ich würd' mir nicht. Scheiße. Ja, aber dein armes Pferdchen. Fett ist frisch. Was heißt das? Nicht armes Pferdchen. Ja, genau. Oh, hier hinten waren wir noch gar nicht. Ich? Obacht, wir gehen gleich vom Pferd. Also hier laufen genug halb auch so. Ja, hier müssen wir aber was anderes machen. Ja gut, ich glaub, die haben wir auch so. Ich hab's zumindest alle. Ja. Was für ein Ding Knackbosch? Das ist ein Knackbosch. Das ist eigentlich echt heftig. Ich kenne mir gerade vorhin, ich kenne mich gerade vorhin. Ich friesen und weh, ich fahre, so ein Spieltechnisch geht alles. Das stimmt. Ich finde es bewundernswert. Ich setze mich gerade um und meine Charakterkraft einfach nur, dass ich die Töste bewege. Geil oder? Der wusste genau, was du vorhast. Scheibenbar. Ich weiß gar nicht, warum ich noch selber schreibe an meinem PC, weiß es doch sowieso, was ich vorhabe. Also du kannst dich theoretisch einfach zurücklehnen. Ja, eigentlich schon, ne? Ich weiß auch nicht mehr, was ich hier tue. Das ist schlecht. Ja, also im Sinne von, ich brauche meinen PC Sachen zu, die es nicht tun soll. Urgons Zwerg, vielleicht Troll. Zu welcher Aufgabe gehört das mit diesen Artefakten? Ähm... Weil es wird bei mir noch keins angezeigt. Haben wir mal wieder nicht alle fest angenommen? Doch, habe ich, aber meine Liste hier ist voll. Äh, halt, halt... Halt, 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 halt... Ja? Halbblutdiebe. Im Breland, ne? Ne, einsame Länder. Breland sind Pärschen, Laminia. Halbblutdiebe, doch, 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 habe ich. Juhuhu, Herz. Ja, gut, gut, dann muss ich die halt separat sammeln. Ey, du, ein Ork. Halb-Ork. Ich weiß nicht, da erst mal mitzukämpfen. Nö. Ich wollte mal eins haben. Entschuldigung. Gut, Gruppe entfernen. Diese Unterfroren halt. Wollt sie mich züchtigen, oder was? Weißt du? Aber bei mir vorhin mit der Leiche, ne? Äh, was denn? Die Leichen haben aber für uns beide gezählt. Nein, die Leichen haben nicht für uns beide gezählt. Sonst hätte mir ja nicht eine gefehlt. Ja, die kommt mir doch mal bei der Gäste die Anzug, oder nicht? Nein, das waren nur für die Schätze. Die Schätze haben weitergezählt. Die Leichen nicht, sonst hätte ich ja nicht eine Menge gehabt. Ja, ich nehme erst mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück. Ausreden darf ich aber noch, oder? Nein. Hallo? So, warte, Pfeilenkopf. Ein Sohn erschossen steht morgen in der Tageszeitung. Mutter erschießt Sohn. Im Elber-Tagblatt. Ja, nicht? Ja, ja. Ja, doch. Fast schon. Ja, sicher. Ja. Äh, wo kann ich denn? Äh, hä? Wieso hat die jetzt getrötet? Ich habe gar nicht das Ding ausgelöst eigentlich. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ja, ich glaube nicht, dass die hier sowas haben. Weißt du nicht. Ei, 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 ei. Nee, du auch nicht. Aber ich kann es mir ganz schlecht vorstellen. Echt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Äh, echt? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ach, gar nichts gemacht. Ach so. Ach so. Ich habe gar nichts gemacht. Gut, das werden wir gleich sehen. Äh, warte mal. Dann würde ich nämlich dann noch als... Äh, warte mal. Ja, ja. Das ist dann... Äh, eine recht messe... Sammelt gestohlen... Ja. Gut. Schön, dass du mir immer dazwischen redest. Nee, zählt nicht. Gut. Dann würde das Ganze ein bisschen länger dauern. Das müssen wir dann heute auch noch fertig machen. Weil hier gibt es keinen sicheren Ort, wo wir uns ausglocken können. Seien wir gehen komplett wieder aus dem Weg darauf hier. Ja gut, das ist so wohl, dass ich dir. Wenn du noch FL-14 zocken willst, hätte ich dir gesagt, bin ich gerne noch dabei im Shit. Ja, wir müssen das jetzt hier erst noch fertig machen. Ich meine, hier gibt es keinen sicheren Ort. Siehst du nicht, wo wir uns hier jetzt hier hinstellen sollten? Von Ort zu Ort. Das macht das Ganze nämlich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie wir uns beide zählen. Schwierig nicht, dauert halt einfach nur länger. Ja, das ist doch schwierig. So. Ja, das ist doch wichtig. Äh, okay, bis gleich, Daddl! Hast du eine Kiste für dich, eine für mich? Okay. So, hier menke ich die Rechte. Okay. Hab ich jetzt die Hälfte? Wenn Mutti das sagt, dann ist das so. Ich hab auch die Hälfte. Hä? Oh, hier geht's. Sehr schön. Ich brauche lieber. Dann machen sie dir sehr viel auf einmal, ne? Ja. Ja, schön, dass du das so optimistisch siehst. Oh, ich bin gestern. Ah, jetzt. Du gehst doch, gehst doch schon mal an, Mann, ey. Wo hast du denn immer? Du kannst dich bei der Mutti bedanken. Danke. So. Hallo, ich hab mich bedankt. Gerne. Gut. So, dann brauchen wir nur noch zwei Quests hier quasi. Ich hoffe, dass... Lass uns doch eben kurz warten. Ne, die scheinen doch zu spawnen. Das ist doch jetzt einfacher. Oh, guck mal. Wenn, wenn ich immer in die Wörter reingreifen würdest. Ja. Können wir vielleicht mal meine Sätze beenden? Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Die ich vorhabe zu sagen, bevor du sie mir sagst. Sag mal. Hey. Ich tut mir sehr leid. Es tut dir überhaupt nicht leid. Doch. Geringfügig schon. Es tut dir überhaupt nicht leid. Hallo, ich hab gesagt, geringfügig schon. Ja, geringfügig. Geringfügig. Ja, das ist besser als gar nicht. Nee. Wir haben keinen Bock mehr zu spawnen. Ich dachte, das machen wir gleich. Ich sehe schon einen, der zimmert die da hinten zusammen. Guck, da ist schon mal wieder eine. Ach, guck mal. Hier siehst du. So, jetzt brauchen wir nur noch die Dreckhaufen. Relikthaufen sind's. Relikthaufen. Keine Dreckhaufen. Ja, Relikte, genau. Alter, du hast doch Flügel. Du bist schon wieder da hinten. Vielleicht wohlfühlen. Ja. Ah. Ah. Wo fährt der Kai jemand tot? Äh, wo fährt er mir jemand tot? Danke. Schön, dass das mal jemand andersrum sieht. Okay, einmal aus der Gruppe entfernen. Ach komm, der ist doch so alt, ey. Warte mal. Ja, gut. Nein. Gut. Okay. Okay. Gar kein Problem. Das Spiel spielen wir zu zweit. Warte mal, wir spielen das Spiel zu zweit. Oh. Ey komm, das muss ich doch jetzt endlich mal machen. Ja, ist doch auch vollkommen in Ordnung. Du hast ganz gedacht, dass ich das als Spaß auffasse. Natürlich. Wer übel, wenn nicht. Mhm. Ein schnell fernknudler, bevor ich gebannt werde. Ja, gebannt wirst du nicht. Ein Time Mode. Ein Time Mode kriegst du vielleicht. Nein, nicht mehr das dann. Nicht mehr das. Aber Duddle, sei auch mal auf meiner Seite. Nicht immer nur auf Kajas. Sei auch mal auf meiner. Das ist was unfair. Ich meine nur einmal. Mehr verlange ich nicht. Einmal. Danach darfst du wieder auf Kajas Seite sein. Einmal. Bruder, ey. Kamehame. Husa. Ne, das können wir glaube ich nicht. Schade. Kamehameha? Ne, das können wir auch nicht. Äh, hallo? Wir könnten das schon, wenn wir Dragon Ball Z Xenohörs zusammenspielen würden. Dann guck mal. Einmal Time Mode für Duddle, bitte. Biddle? Biddle? Biddle oder Biddle? Biddle. Biddle? Biddle. Also ein Biddle Time Mode für Duddle. Biddle. 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 Wieso bist du so schnell? Sag mal es mal ernsthaft. Weiß ich nicht. Ah, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Oh echt? Ach stimmt, ich weiß nicht, ich sehe sie ja nicht mehr. Ich gehe eben wegen Haufen Sätzen. Stimmt, du musst jetzt leider alleine suchen, ich sehe sie leider nicht mehr. Ja, direkt hier ist einer. Ich weiß, da habe ich nie gesehen, das ist nur was wie ein... Die Leute sind damals schon eingestellt, weil sie sogar fahren trifft. Fuck, er sieht einen Fall, der den raus für irgendwas am Bein war. Unglück. Echt? Also ich wollte es natürlich immer sehen, aber ich war halt damals, war ich zu jung. Hier ist einer, hier ist noch einer, der letzte. Und dann habe ich den Film halt, ja, aus dem Nahrung verloren. Der Film ist Kult, klar, aber der Film hat halt einfach Haya als Monster dargestellt. Und das war halt einfach so das Übelste, das Schlechteste, was hätte passieren können. Ist heutzutage natürlich nicht mehr so, aber ich habe alle. Okay. Pferd? Äh... Ja. Eine Hauptquest machen wir beim nächsten Mal. Dann kannst du ja dann... Kannst du gerne noch ein bisschen F-14, ich bin gerne noch dabei, wenn du möchtest. Ja. Für solche Strecken jetzt ist das Pferd richtig gut. Ja. Kann ich dir nicht widersprechen. Hm. Hm. Das spart einem halt mega Zeit. Ja, tut es. Kann man eigentlich die Energie vom Pferd auch noch erhöhen? Das weiß ich nicht. Also man kann auf jeden Fall mit manchen Pferden, die irgendwie upgraden, meine ich. Weiß aber nicht, ob das bei allen geht. Wahrscheinlich wird mein Rosmarin wieder ausgeschlossen. Ja. Und bei deinem könnte es gehen, bei meinem wäre es wahrscheinlich schwierig. Ich hab doch eigentlich nur das als Standardbegehungspferd da. Deswegen würde es bei dir ja wahrscheinlich eher funktionieren als bei meinem Exklusivpferd hier. Wieso? Naja, weil schlechte Pferde besser aufwertbar sind, als Pferde, die schon gut sind. Das gehört Rosmarin, du bist schlecht. Verpiss dich. Verpiss dich? Verpissen sie sich? So kupuliere er sich fort. Äh... Boah, da kommt mir dann dieses blöde Lautstärker, ey. Bleib neben meinem Arm, ey. Nein, 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 nein. Hast du eigentlich schon meine Robbe gesehen? Ich? Und man regelt sich ja natürlich, du. Ja, jetzt ist klar. Ah, okay. Weil ich habe hier jetzt erst... Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer es dir geschenkt hat, aber ich habe es gesehen. Äh, ich meine... Wo ihr da alle eure Pets gezeigt habt. Ich meine Hybrid. Aber da... Ja, ich glaube... Da hab ich... Mach's an... Ne, da hab ich... Den Ku... Ne, den Kuada? Achso, wir sind ja schon hier. Warte. Wir sind ja schon richtig. So, äh... So. Äh, dann gehen wir noch einmal kurz ab. Marken wir. Und dann... Beim alten Loverkraut. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Wie unhöflich! Und du hast uns angelabert. Wie unhöflich! Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Das ist ja abstrus. Und einmal annehmen, dann die auch. Aber nicht annehmen, ne? Was benötigt ihr? OLP? Ja. Aber nicht annehmen, was er gerade gesagt hat. Was ist nun aus dieser Welt geworden? Also der... Alte da. So, was habe ich gerade eben gesagt? Ich habe es nicht gehört, deswegen habe ich ja gefragt. Ja, ich habe gesagt, nimm an. Bitte annehmen. Achso, ja gut, dann mache ich das gleich noch. Gehe ich hier eigentlich japanisch, oder was? Ich habe es nicht gehört. Sag mal, wie laut soll ich in Zigro schreien? Warum bin ich so laut? Warum bin ich so laut? Damit es auf der anderen Seite ankommt. Ja, dann nehme ich das noch eben an. Das ist ja kein Problem. Wirdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Was bin ich fertig? Ja. Ich bin so dumm ich nicht. Denk doch mal an meine Nerven. Ich denke immer nur an deine Nerven. Nein, tust du nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? Scheiße. Inventar. Ich bin da voll. Ja, meins auch. Nimmst du jetzt das bitte an? Das wäre super. Was? Geht doch. Ich weiß nicht, warum muss ich immer an das Video denken, wo seine Frau komplett durchdreht. Mit so einem Lied oder mit so einem Lied. Baby Shark? Ja. Oh mein Gott, ja. Warte. Was ist der Hut? Was? Was ist der Hut? Was ist der Hut? Was brauchst du denn denn? Wir loggen uns doch raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020